Hi, dicker Yoshi. Wieder mal eine DVD, die euch näher bringen will oder möchte und zwar Jackass Nummer 2 der Film Uncut. Jo, mehr kannst du dazu nicht sagen. Der Movie halt 2.0. Auch wieder sehr lustig der Humor und sehr derb. Ist schon verrückt, wie das die Jungs sich so einfallen lassen. Oder was sie mit ihrem Körper machen, muss man schon sagen. Ständig scharf, alles klar. Also es ist schon irre. So, das Ding ist eben 5.1. Top Bild, Top Ton, nix drin. Ganz normal, außer dass das Ding knallrot ist. Jo, das soll es wieder gewesen sein. Das war's. Bye.